Super! Tust du aufdähen? Bitte? Hinten ist offen. Es kann nicht. Super! Magst du mal mit einem anderen Schläger probieren? Nein. Ist das Sima Eisen dein Lieblingseisen? Kannst du das mit der Hand machen? So, und jetzt möchte man aber einen ganz schönen Sehen. Boah! Ich esse immer mehr Gold. Ja, das ist sehr gut. Übung macht den Meister. Einmal wird der, glaube ich, dort im Baum landen. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, Franzl. Ich muss nur aufpassen. Wenn du so weit schlägst, dass du das Haus nicht erwischst und deine Zentraschäbe einschießt, gell? Ja. 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 Ja.